Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Night of the Dead. Ja, Deads ist eine Mehrzahl, sollte sein. Ich bin schon, ich glaube, dreimal tot oder wie oft war ich jetzt gestorben? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir laufen jetzt zur Forschungseinrichtung. Und wenn wir es da nicht schaffen, werdet ihr die Folge nie sehen. Von daher, wenn ihr die Folge gerade seht, wisst ihr, okay, es war nicht ganz so schlimm. So, wir haben 136 Pfeile. Bin gespannt mit wie viel wir wiederkommen. Ja, die Folge kann man nicht früh genug anfangen. Gibt es hier keinen Hintereingang? Ich glaube nicht. Also schon. Also. Also. Starren Schwein! Er hat jetzt schon 40 Pfeile. Die Pfeile sind irgendwo weg, aber kann ich mit leben. Ja, es ist halt ein Kampf, ne? Und das ist noch nicht mal der schwerste, ne? Ja, glaube ich zumindest. Da gibt es noch einen, der hat noch einen Karabiner zum ranziehen und alles. Ich weiß nicht, ob es uns was bringt. Wir kommen ja nicht hoch, ne? Aber es gab auch oben keinen Eingang, also von daher. Ja, mach das doch! Ja, ist doch gut! Ich glaube, das Level hat schon viel gebracht. Wir waren noch nicht mal drin und haben schon wieder Hunger hier. Da geht es gleich rein. Drei Pfeile haben wir schon verloren. Na, kein Fall doch da. Wir machen schon mal auf. Hier waren wir doch schon mal drin, ne? Oder nicht? Ich weiß nicht, ob ich hier schon drin war. Aber die Tür ja auch. Nein. . Eigentlich nur nach hinten durch. Echt keiner drin? Kleidung. Eine Lederhose, okay. Achtet auf jeden Fall auf Schränke, die aufblinken, wenn ihr drüber fährt. Das nehmen. Das sieht mir gerade so komisch vor. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, warum hat er Angst gehabt? Normalerweise stehen hier immer so 10 Zombies pro Raum. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt an schwer liegt. Ich nehme das gerne mit. Vielleicht sind die alle noch aus der Hordennacht und unglücklich zu Hause. Also, machen wir hier schön leer. So ist es nicht. So, hier ist die Schränke, ne? Blinken auf. Und dann schön hier alles nehmen immer. Da ist das Buch, was wir brauchen. Da ist auch das neue Journal da hinten. Das ist halt der wichtige Raum. So. Oh, eine Artenne, für was wir sie wohl brauchen werden. Aber so, nächster Journal ist, ja, 2, 14, 15, finden wir im Krankenhaus. 14, 15, so. 14, 15, da ist auch schon das Krankenhaus eingezeichnet. 14, 15, da ist auch noch ein Laptop, ja, ich beschwere mich da auch gar nicht, um Gottes Willen. Nehmen wir auch gerne mal ein Geschenk an. Und bin dann halt skeptisch, ne? Wo hier drin war, nix und ist auch nix, so. Hier hinten ging es, glaube ich, nur in den Raum. Auch keiner drin, dann machen wir wieder zu. Nicht, dass da einer kommt. Und so, das war das Obergeschoss. Das Wichtigste eigentlich, wir werden das natürlich noch unten looten. Wenn schon hier nix ist. Noch Bücherregale. Übrigens, wenn ihr mal Bücher braucht, das kann ich euch nachher mal zeigen, an dem Dings. Ihr seht in dem, ja, in der Forschungsbank seht ihr, wenn ihr ein Buch braucht, genau wo ihr es findet, wenn es ein bestimmtes Buch ist, ne? Wo ich mir, dass das hier war. Ich meine, das hatte ich auch gezeigt. Ja, Architekturdichtung. Uns fehlen natürlich jetzt die ganzen, ähm, ja, Punkte von den Zombies. Zombies, aber ich bin da nicht böse drum. Ich weiß es nicht, ob das in Schwerdern leer ist. Ist das Krankenhaus dann auch leer? Das wäre doch nice. So, Forschung ist durch. Wir gehen jetzt zum, äh, zur Fahne hoch. Äh, wir gehen andersrum hoch. Dann nehmen wir dann auch das Material mit. Ah, ich bin ein bisschen ruhig da, nachdem die Nacht so bescheiden lief. Ich würde nämlich gern auf Strom, aber ich glaube noch nicht, dass wir heute auf Strom kommen. Da muss ich so viel Kupfer finden. Würde bedeuten, wir müssen die Straße machen. So, wir gehen jetzt noch einmal hoch, machen die, äh, Dings aus. Die Fahne auf grün. Einfach wissen, dass wir durch sind. So, hier hoch. Oh, komm. Lass ihn raus, den Tigerfahne auf grün. So. Abreißen würde ich die jetzt nicht. So, wir würden jetzt, Guck mal, ich habe zwei Pfeile verloren. Bin stolz auf mich. Aber einfach, weil wir in der Forschung wirklich keinen Widerstand hatten. Das ist komisch. Ist das direkt nach der Horde so, dass man sagt, ah, dann sind die Zombies da weg? Dann sollten wir immer nach einer Horde direkt los. Wir haben jetzt neun Ohr. Wir brauchen Kupfer jetzt. Wir haben drei Kupfer jetzt dabei. Brauchen bestimmt 100 Kupfer. Ja, nicht ganz so viel, aber wir brauchen auf jeden Fall etwas, was Strom erzeugt. Wir brauchen etwas, was Strom speichert. Wir brauchen etwas, was die Kabel an sich. Wir brauchen, wir brauchen, alle mit Köter kann man eh noch nicht. Dann kommt irgendwann der Bunzenbrenner, aber. Wir machen heute mal Autos. Wir machen heute mal Autos. Wie leicht kommen wir wirklich bis heute Abend an Strom. So, Kupfer 7, aber das ist schon mal, läuft gut jetzt. Hier waren wir schon mal. Haben uns alle geärgert. Ich würde dann hier die Tür zumachen. Erstmal die Zombies hier durchs Fenster, irgendwie. Und die Zombies auch den Loot. Sehr gut. Einer hier am Fenster, ne? Ich habe jetzt nur einen gesehen. Sie haben noch mal, verrückt mich. So, kommen Sie sich für einen der Ich hab alles genommen ja. Ich muss ja gleich noch alles nehmen, oder? Präparieren macht auch Sinn. Mal eben ganz kurz durch, bevor ich überrascht werde. Ja hier einfach diese Dinger, also der hat Kupfer glaube ich, Energie hier vor allem. Hier ist Kupfer drin, also die Dings sind nicht zu unterschätzen, die Häuser, ne? Hier haben wir nochmal ein bisschen Kiste. Holzblit mit Jeans haben wir. Ah, vielleicht die Jeans sind ja ganz, das ist besser. Ja, diese ist es ganz. Ganz kaputte Zeug. Das ist nur ein Holzblock, ok. Dann sind wir durch. Hier, gehen weiter. Genau. Nein! Ja! Das war alles passiert. Ich bin doch nicht klar. ㅋ 算 wir können mal ganz kurz gucken hier unter strom gucken also wir brauchen etwas was strom erzeugt das wäre wahrscheinlich das windrad hier brauchen wir zwei backen hier einen kupfer waren sind drei dann brauchen wir einmal ein für kabel sind vier dann brauchen etwas zum speichern durch batterien sind eine hier und ich meine sind jeweils zwei hier sind vier und schon über acht kupfer ist halt und dann haben wir nur etwas was erzeugt und was speichert im besten fall hätte ich gern noch den bunsenbrenner und vielleicht unseren stachelwerfer schon mutig 20 kupfer sind nicht übertrieben die wir brauchen dass wir auch nicht haben ist platz wir sind folge können schon fast nach hause erst mal wir haben neun kupfer wir können schon anfangen aufzubauen um noch mal vier von den links also hier die materialien haben wir kein kupfer ok da bringt nichts um jetzt ein auto holen ähnlich mitgetragen autos und so das ist material haben wir alles schon einstecken da gehört nach welcher adler liebhaber ist denn da 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 Das ist erstmal Neo. Ich würde jetzt erstmal hier zurück gehen, das Krankenhaus ist ja direkt bei uns übrigens, das habt ihr ja gesehen, die Adlerfeder würde ich gerne mitnehmen, aber er hat alles mitgenommen, sehr schön, ist sogar noch ein Platz frei, was sieht es denn hier drin aus, erstmal leer aber, ist schon welche drin, also Tür auf, vielleicht lüften die, ah ne, dann denken wir, wir waren ja schon drin. Wir rennen erstmal zurück. Momentan voll, genau, ich kann jetzt kein X mehr ablegen. Wir können es noch nicht mal mitnehmen. Ich lasse die Schuhe wieder hier und die Jeans, die kaputte. Ich habe hier eine Lederhose. Ja, ist schon schön. Dann kommen wir weg. Hat ja noch keinen Mehrwert. Die Kleidung. Okay, haben wir alles mitbekommen, ne? Sind wir jetzt voll? Ne, noch nicht. Irgendeiner ruft da. Ich bin gerade ein bisschen beruhigter, auch wenn die Horden nachts so bescheiden lief. Boah, erschreckt mich doch alle mal. Habe ich einen Fuchs hinter mir herlaufen? Nein. Mein Gott, das war auch wieder was. Mit 136 fallen sie mal los, mit 111 kommen wir nach Hause. Harnhase. Harnhase. Der sich da aufrecht hingestellt hat. Puh. Ich muss mal überlegen, ob es Sinn macht, dass wir hier Strom machen, dann können wir die ganzen Fallen auf... ... Ich brauche erstmal die Pfeile. Komm. Erstmal den Pfeil. Und dann häuten. Also, die gibt's wieder hier. Ich muss das gleich machen. Ich will überlegen, ob ich hier noch ein Pendel mehr mache. Und dann müssen wir alles nochmal abreißen. Zumindest unten. So. Wir fangen an mit Rohstoffen. Oh, guck mal, ich habe die Armbrust. Weil die Armbrust hat einen Vorteil. Die hat halt höheren Schaden. Die hat direkt 30. Und ich habe ja schnelles Nachladen. So. Mal testen dann. Okay. Wir packen jetzt erstmal das rein. Was ist denn das? Was ist denn das? Ermittelt. Mal hier noch rein, dann. Erstmal rein. Holz. Das ist schon das nächste. Was ist da? Und das so lange immer lädt. Okay. Da noch rein. Sehr schön. Jetzt haben wir hier einige Forschungsbücher. Wenn ich jetzt hier nicht mehr mit rein. Dann nehmen wir jetzt erstmal das rein. Das rein. Das. Das. Okay. Dann haben wir alles drin. Und schauen, es gibt doch hier diese Regale. Zwei, vier, vier Nägel. Zwei Dings. Ich glaube, dass es jetzt passt. Ja. Mal gucken, ob hier mehr Bücher reingehen. Gar nichts rein. Okay. Ich dachte, hier gehen Sachen rein. Es gab auf jeden Fall, selbst in den Tisch hat man Sachen bekommen. Ähm. Hier gehen Sachen rein. Brauchen wir aber noch drei Bretter mehr, vier Nägel mehr. Ein weniger wieder bekommen, ne? Von denen. Mal eben zurück bauen. Hier. Ne, das zurück bauen. Und ein. Zwei machen. Mal kurz gucken. Erhalte drei gerecht. Da hin. Schau mal. Mal öfter runter. So. Hier können wir die Bücher einpacken. Ach. Hier geht nur Kleidung rein. Ja. Lassen wir jetzt stehen. Wir können Material speichern. Wir müssen noch eine Kiste machen, oder? hier. Ein Kunststoff. Zwei Holz. Fünf Nägel. Ein Kunststoff. Zwei Holz. Fünf Nägel. Ein Kunststoff. Zwei Holz. Und. Auch. Die Errungenschaften. Das würde ich gerne schon mal rüber nehmen. Ich glaube, das können wir dann jetzt, ne? Ja. Ja. Dann brauchen wir das für. Und hier oben. Ja. Das war als nächstes. Ich würde Energie gerne hier drüben hin machen. Ganz kurz. So. Aber das alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass wir soweit kommen. Ich bin sehr gespannt, wie wir Kupfer haben. Lassen wir mal kurz hier überblicken. Hier haben wir einmal. Da können wir auf jeden Fall das einmal umwandeln. In ein Kupfer. Dann haben wir hier neun Kupfer. Und hier neun sind 18. Ja. Da sehen wir morgen weiter, wie weit wir kommen. Ich bin gespannt. Bis dahin. Euer Steffen. Tschüss.